Herzlich Willkommen bei den anderen Nachrichten. Wir berichten von Siegen aus aller Welt. Heute von der Mietervereinigung aus Österreich. Das österreichische Parlament hat in einer Novelle zum Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, kurz ELWOG, entschieden, dass Österreichs Haushalte die Umstellung auf digitale Smart Meter-Energiezähler verweigern dürfen. Ein Smart Meter ist ein digitaler Kleinkomputer, der per Funk von außen gesteuert wird und leicht hackbar ist. Zuvor war dem Strombezieher im ursprünglichen Entwurf keinerlei Mitsprachemöglichkeit beim Austausch des Stromzählers durch den Smart Meter eingeräumt worden. Nun ist es der Mietervereinigung und all jenen, die die Petition Zwangzähler Nein Danke unterstützt haben, gelungen, die Parlamentarier von einer kundenfreundlichen Datenschutzregelung zu überzeugen. In dem nun beschlossenen Gesetz wurde ausdrücklich ein Recht des Kunden eingebaut, das ihm gestattet, den Austausch des Zählers auf die neueste Technologie und damit der Fernüberwachung und einer 15-Minuten-Taktauslesung des Stromverbrauchs zu verweigern. Die Mietervereinigung hatte im Vorfeld mehrfach darauf hingewiesen, dass die geplanten Regelungen verfassungs- und datenschutzwidrig seien und eine Wahlmöglichkeit der Kunden gefordert, zumal die Smart Meter hochgradig krebserregend sind. Hier sprechen wir ein Bravo an die Mietervereinigung Österreichs aus. Entschiedenes Auftreten und Eintreten für geltendes Recht lohnt sich. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Neuen dezentralen Einspeisungen von Photovoltaik oder die sehr stark schwankenden Windkrafteinspeisungen entsprechend managen zu können. Es können auch die Stromnetze entsprechend optimiert betrieben werden. Also es gibt zahlreiche Vorteile, die den Aufwand bei weitem überwiegen. Die Vorteile? Man wird sehen. Das Stichwort ist der Aufwand. Denn die Kosten für die Umstellung hier in Smart Meter zahlt der Verbraucher. Wie viel das ist, dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Die E-Control sagt, man wird es nicht merken. Das Ministerium geht von 40 Euro Einmalkosten aus. Die Mietervereinigung spricht von 360 Euro pro Haushalt. Und dass Smart Meter alle Viertelstunden den Stromverbrauch messen und die Daten ans E-Werk senden, sorgt man sich hier um den Datenschutz. Weil es nicht geklärt ist, wie die Datenübertragung funktioniert. Und wenn hier die Datenübertragung geheckt wird, kann man feststellen, wie das Wohnverhalten ist. Wann stehe ich auf? Wann gehe ich zur Arbeit? Wann komme ich nach Hause? Also hier ein gefundenes Fressen für jemanden, der zum Beispiel schauen will, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Und daher ist das höchst bedenklich. So sehen das auch die Datenschützer. Ihre Ansicht? Elektronische Geräte sind zu hacken. Und die Gefahr besteht darin, dass die Smart Meter miteinander verbunden sind. Ich gehe in ein Gerät rein, ich hacke ein Gerät, ich hacke einen Smart Meter und kann dann von einem Smart Meter zum nächsten springen und dann entweder die Abrechnung manipulieren oder im Zweifel eben auch einzelne Geräte oder Haushalte abschalten oder eben worst case sogar das gesamte Stromnetz lahmlegen. Doch im Ministerium beruhigt man. Noch sind drei Jahre Zeit bis zur Umstellung. Was die intelligenten Zähler auf jeden Fall bringen, der Konsument kann genau sehen, wann und womit er wie viel Strom verbraucht und so leichter Strom sparen. Die E-Wirtschaft kann sehen, wann wird besonders viel Strom verbraucht und die Preise entsprechend anpassen. die recomendation an praticien wird. met fest. Und am meisten das, der mögliche, Aber wie你们 damitOoh kale weder wie viel Strom wird in Versorgung. Was Sie imicação più Latte, da mit Leaderarcat-P雪ma��? Are das surplus da? Aber wie und noch nicht das Resort ist. Entschuldigung ist ein guter Komfort, ein weiteres COR- und bei dir das maintenant gesch Ord.? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.